Ja, ohne Ansage geht's auch. Äh, wer hätte das denn machen sollen? Ich hab keine Ahnung, aber es geht ja ohne Ansage. Ihr seht ja, wer dabei ist. Das hätten Leute wie letztes Mal auch. Wieso denn nur groß was ansagen? Was soll ich da noch sagen? Ein unkonventioneller Anfang. Ja, easy. Manchmal muss man eben für was Neues offen sein. Ja. Natürlich. Regen ist Silber, Schweigen ist Gold. 1-0 gefällt mir gar nicht. So. Da haben wir alle durchschweben und trotzdem nichts passiert. Geht ihr? Ja. In der letzten Folge waren wir ja ziemlich erfolgreich. Ja, aber Marlin hat seinen Hut wieder gewechselt. Achso. Ja, es ist der Cowboy-Hut. Der Glücks-Hut ist weg. Der Sugar-Daddy-Hut ist weg, verdammt. Nein, das war nicht mehr der Sugar-Daddy, das war der Weltkriegshut, oder? Ja. Achso, das war der Helmer, das stimmt, Jan. Das ist Kaiserreichsmobil. Das ist Kaiserreichsmobil. Ja. Das ist Kaiserreichsmobil. Ah, es reicht nicht. Nein. Ah, schade. Sorry, Simon. Ja, da kannst du nicht wissen, dass ich da komme. Geißen. Oh. Hihi. Leider kein Boost. Gut. Oh, die Fabian. Ich habe keinen Boost. Ah, okay. Bitte. Ich habe ihn. Aber. Nein. Ah, prallt anders ab. Habe er gerammt? Ball rückt sie her? Oh, Alter. Nein. Nein, jetzt kommt er raus. Ich rassle am Ball durch. Oh, ja klar. Keine Chance. Dass der denn direkt aufs Tor bringt, hätte ich nicht gedacht. Wollen wir da hergeschossen, kommt. Ja, so. Schon? Natürlich. Der hat an. Ja, der hat an. Das ist der Pader. Keine Ahnung. Das ist dein zweiter Count. Er macht's dem Lenin nach. Alter. Oh, natürlich. Wie kriegt der den? Warte, ich kriegen. Alter. Das war ich, sorry. Ja, okay. Ich bringe dagegen. Schade. Dieser fliegende Niki. Oh. Oh. Alter. Sehr geil. Und ich kriege wieder keine Vorlage. Ja, da waren zu viele wahrscheinlich dazwischen dran. Da war gar keiner dran. Ach, schon? Ach, du warst nochmal dran deswegen wahrscheinlich. Ja, das kann auch sein, ja. Oh, das war zu spät. Da war ich schon im Springen. Das Nervensystem hat sich schon eingestellt. Ich gehe an den Ball. Genau. Befehl vom Ohr. Hey, hey, hey. Die Synapsen konnten nicht mehr so schnell reagieren. Ist egal. Shit. So, ist gerade leer. Fabian, fahr einfach dagegen. Fahr rein. Ja. Der Niki war schon wieder da. Pah, Killer Block. Oh, der kommt. Oh, Gott sei Dank. Oh. 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 Alter. Mach da nicht. Oh, sorry. Hinten vorne bunte. Kommst du dran? Na. Die fliegen alle hoch, die Spacken. Oh, Simon, sag doch was. Oh. Ich habe extra gedacht, oh, Martin kommt dran. Alter. Nein. Das ist einfach nicht so. So bitter, wenn der Ball genau seitlich von dir liegt. Yes. Der hat mich geschossen. Der hat mich geschossen. Den wolltest du aber. Alter. extra mal einfach mal voll rein. Gerade um einem Simon in die Quere gefahren, ja. Easy. Ich habe sogar noch eine Vorlage dafür bekommen. Oh, eklig. Was waren alle? Gut. Oh, wieder scharf gemacht. Oh, jetzt kommt keiner. Der Niki ist der zweite Count von Niki Laudan. Bin mir schon fast sicher. Hat er dann Flammen hinten raus? Ich weiß es nicht. Oh, makaberes Dicke. Oh, shit. Oh, shit. Das sind zwei verschiedene Folgen. Ich darf das aufteilen. Das geht. Ja, ja. Alles gut. Nach dem Niki darf ich jetzt. Da durfte ich jetzt. Fabian, du musst dran. Oh, Achtung. Ganz blöd. Der war ziemlich, ziemlich dumm. Ja, der war gemein. Ja. Oh. Dank von der Gegend. Und den hast du? Du weißt, der Pater ist nicht da. Da muss man ja irgendwie. Beim Pater kommt ja die Schweine schon Witze. Dann sagt ich, muss ich halt irgendwie mal was, um die Leute bei Laune zu halten. Ja. Muss man halt irgendwie was mal. Oh, schon Nachbildzeiten. Oh Gott. Wenn er sich die Folge anguckt, besperrt sich Pater wieder. Oh, stell mich immer im total schlechten Licht da. Ich glaube, wenn Niki Lauda sie anguckt, auch. Vielleicht schaut er sich ja zusammen mit dem Lenin. Wir stehen nicht mal wieder in einem schlechten Licht da. Ach, schade. Oh Gott. Wir sind so böse. Alter! Natürlich. Ach, was, wie war... Er schießt den Anderen an. Ach, da hab ich ein bisschen dran schmied, glaube ich. Nee, er schießt den Anderen an. Oh, okay. Das war über mir. Ach, nee. Doch nicht. Er trifft ihn direkt. Mit 90? Warum hat er 90? Mit 90! Wenn Fabian berührt hat, dann fliegt sie immer so schnell. Ich bin Glück, wenn er mich berührt. Ja, dann, ähm... Verloren. Nächste Runde. Ja. Nächste Runde. Kann nur besser laufen. Adieu, Herr Lauda. Veteran. Haben viele Promis hier unterwegs, ne? Klar, dass der Veteran ist. Ja. Captain Crystal? Naja. Wahrscheinlich der zweite Account von Walter White. Wahrscheinlich. Komm. Oh. Boom. Gut. Platz gemacht für ne Fabian. Sehr gut. Alle haben schön vorgelegt. Da hab ich alle, äh... Die Malle noch durchgeboxt. Dass sie nicht im Weg stehen. Dass sind sie alle durcheinander gekommen. Hier fährt. Der war aber früh dran. Ja. Ja, natürlich. Wo warst denn du? Ja, ich wurde weggeboxt. Guckst du an. Und dann wollte ich zurückfahren. Zack. Siehste? Ja. Dann hab ich keine Zeit mehr gehabt. Er schreibt easy. Verhalter. Nicht schlecht. Hat ja alles gepasst. Am Anfang, dann der Ball wieder kam, dass er dich weggeschossen hat. Nein. Ach, fit. Jawoll. Schade. Oh. Nein. Beide dran tue ich, Simon. Martin muss es wieder richten. Ja. Der gerade bieger. Oh, er spürt mich. Achtung, der fliegt. Oh, das leckt gerade bei mir. Oh, das leckt immer noch. Idiot. Jetzt geht's hin. Oh, sorry. Oh, sorry. Hol'n dir. Wart, wart, wart. Okay. Oh, wie er abrallt. Das war nix. Hauptsache, ein Boost eingesammelt. Hauptsache. Ja, ihr wisst ja. Boost ist alles. Mann, nö. Ich war es gerade leer. Spiel ihn. Hopp hoch. Oh, ja, Alter. Ja, endlich. Oh. Er kam ja richtig nice. Wie ein Gekko an der Decke ist er geklebt, dem Tor. Ei, ei, ei. Bitte, Martin. Schade. Alter. Boah, der fliegt natürlich wieder. Gut. Ach, sorry, ich meine, ich hab gedacht, du hast, dich hat's verdreht. Nein, er hat mich nicht, Gott sei Dank. Aber ich wäre, glaube, nicht so schnell rangekommen wie du. Bist. Bin ich aufs Tor. Ich krieg'n. Ich krieg'n. Oh, jetzt prallt der an der Decke ab. Oh, nein. Aber ist noch nicht sicher. Lieg' auf dem Kopf, hab'n bisschen Breakdance gemacht. Und ziemlich Frame-Einbrüche. Oh. 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 Ja, geil. Weiß noch mal dagegen, spring' dagegen. Oh, schade. Also springt daneben. oh da kommt alter da kannst du aber absolut nichts machen ich frag mich wie die so fliegen können wenn ich wenn ich versuche so hoch zu fliegen stürzt sich immer ab das auto kommt nie so hoch der kommt irgendwie macht ihn einer macht ihn einer macht ihn einer ja jetzt wo ist das is no Nein, kriegt hier jemand. Ja. Oh, Alter, nein. Schnell zurück, zurück. Oh, nein. Fahr mir an. Oh, sehr gut. Oh, warum lächelt es jetzt wieder so? Es ist so ein scheiß Laptop. Jetzt ist er angefroben, jetzt geht es wieder. Alter. Kriegt er nicht rüber. Ja. Nein. Nein. Ja. 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 Gut, jetzt fliegen alle rum, dauerbar, yeah, aufgestiegen, alles klar, zwei Siege waren das? Ne, eine Niederlage. Eins haben wir verloren. Ja, gut, aber meine Framerate macht Achterbahn, deswegen verabschieden wir uns aus dieser Folge. Jawoll! Wie lange wird's los hin, Freunde? Ja dann. Nächstes Mal wird's besser. Ciao. Ciao. Ciao.